Hi Leute, ich habe heute ein Flop-Produkte-Video für euch, wie ihr es sicherlich schon gelesen habt. Ich muss sagen, ich habe im Moment irgendwie keine gute Stimmung, irgendwie alles ist total meh und ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich bin im Moment überhaupt nicht gut drauf und ich dachte mir, was könnte es da Besseres geben, als sein Frust an den Produkten auszulassen, die für einen nicht funktioniert haben. Deswegen, das möchte ich heute machen. Es sind einige Produkte zusammengekommen, die für mich gar nicht funktioniert haben, die ich wirklich nicht gut finde. Wenn ihr aber irgendwelche Empfehlungen habt, wie die Produkte für mich besser funktionieren könnten, vielleicht mache ich irgendwas falsch oder sonst was, schreibt eure Erfahrungen immer in die Kommentare. Darüber freue ich mich immer sehr. Deswegen legen wir jetzt mal los. Das erste Produkt ist etwas, was sehr gehypt worden ist. Es ist schon eine ganze Weile her. Ich bin nie auf diesen Zug aufgesprungen, aber ich hatte das Glück, dass ich bei einer Douglas-Bestellung, die schon eine ganze Weile her ist, eins umsonst gekriegt habe. Und zwar rede ich von dem EOS Lip Balm. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Hype um diese Dinge absolut null. Ich finde das total schlecht. Es ist einfach für mich ein schlechtes Produkt. Wenn ich bedenke, wie teuer das ist, würde ich echt zumindest ein kleines bisschen Pflege erwarten. Ich habe, glaube ich, den Himbeergeruch oder so. Ich meine Himbeer, Himbeer, Erdbeer, irgendwie sowas. Es riecht auch wunderbar. Es schmeckt sogar wunderbar, wenn man das irgendwie ableckt oder sonstiges. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, es hat wirklich null Pflege. Null! Ich habe das Gefühl, wenn ich das auf meine Lippen auftrage, dass ich da schmieren muss bis zum Gehtnichtmehr und es kommt einfach kein Produkt auf meine Lippen. Nur so wenig. Und das bisschen, was auf meine Lippen kommt, ich habe eher das Gegenteil, das Gefühl, dass es austrocknet und nicht pflegt. Deswegen, also für mich ein absolutes Flop-Produkt. Sagt mir mal, wie ihr die Dinger findet. Vielleicht habe ich ja auch irgendwie nur ein schlechtes abgekriegt und die sind eigentlich total klasse. Ich weiß es nicht. Aber ich fand das wirklich richtig schlecht. Man kriegt schon für viel, 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 viel weniger Geld, viel bessere Lipbalms. Das Ding war einfach grauenvoll. Dann das nächste Produkt. Da war ich echt richtig traurig, dass es für mich nicht funktioniert hat. Ich mochte auf jeden Fall den Vorgänger davon sehr, sehr gerne. Leider musste ich den wegschmeißen, weil er mir umgekippt ist. Aber auf jeden Fall rede ich über den Illuminating Primer von Rivalde Loop. Hier steht noch drauf, mattiert, kaschiert Fällchen und Poren ölfrei. Ich hatte da den Vorgänger, also der hieß auch Primer, war aber wie so ein richtig wunderschöner, flüssiger Highlighter. Man konnte ihn einzeln auf den Wangenknochen auftragen oder eben unter der Foundation mit der Foundation mischen. Es gab verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen konnte. Und der hatte nur wirklich schönen Schimmer, war wunderbar. Der hier hingegen hat Glitzerpartikel. Da steht drauf, er mattiert. Steht zwar drauf, auch Illuminating Primer, wo ich mich immer so ein bisschen frage, wie soll denn beides gehen? Wie soll das denn illuminierend sein und auch mattierend? Aber gut. Wenn es illuminierend ist, das ist ja das, was ich wollte, dann sollten da aber Schimmerpartikel drin sein. Einen schönen Glow, aber doch kein Glitzer. Da ist wirklich mega auffälliger Glitzer drin und ich frage mich ganz ernsthaft, bitte, liebe Firmen, die in eure Primer, die ihr in eure Primer Glitzer packt, sagt mir, warum ihr das tut. Im Ernst, ich habe noch keinen, wirklich keinen gehört, der gesagt hat, wow, den Primer finde ich total klasse, weil da richtig große Glitzerpartikel drin sind und ich ausschaue, wie als wenn ich Konfettiglitzer auf dem Gesicht habe. Kenne ich keinen, wirklich, überhaupt keinen, der das irgendwie schön findet. Deswegen lasst doch die Glitzerprodukte da raus, also die Glitzerpartikel. Ich glaube, das würde sehr, sehr viel helfen. Deswegen für mich war das leider ein Flop und sehr, sehr enttäuschend, weil ich den Vorgänger davon wirklich sehr mochte. Das nächste Produkt ist ein Haarprodukt, was ich schon fast aufgebraucht habe, deswegen ich hatte längere Zeit, mir darüber wirklich eine Meinung zu bilden. Und ich muss sagen, ich finde es ganz, ganz furchtbar. Was heißt ganz, ganz furchtbar? Aber es macht halt nicht das, was es soll. Und zwar ist das von Alverde das Leicht-Camp-Spray. Wie ihr ja wisst, wenn ihr mich länger verfolgt, ich habe ja schon vor längerem aufgehört, eben Silikonprodukte zu benutzen und ich habe vorher immer so wie Glisskur Sprühkur benutzt, um die Haare eben leichter kämmbar zu machen und so weiter. Das geht jetzt natürlich nicht, weil das voll mit Silikonen ist. Deswegen dachte ich mir, mit einem Naturkosmetikprodukt bin ich doch bestimmt richtig gut bedient und leider funktioniert es nicht. Es, wie soll ich sagen, es funktioniert ein kleines, kleines bisschen, aber nur, wenn ich es ins trockene Haar mache. Hier steht ja drin, man soll es ins Handtuch trockene Haar machen, obwohl hier steht in das feuchte oder trockene Haar. Also im Endeffekt kann man es beides machen. Da ich meine Haare erst kämmen, wenn sie trocken sind, war das jetzt nicht allzu schlimm. Aber es hat halt wirklich nur so einen minimalen Effekt gemacht, dass es halt einfach, ob ich das benutze oder nicht, ist irgendwie, ja. Oder ob in China ein Sackreißung fällt. Also wirklich, das ist völlig, völlig minimal die Wirkung von diesem Spray, sage ich jetzt mal. Aber das Allerschlimmste, warum ich das wirklich so schrecklich finde, ist, dass, wenn ihr das benutzt, meinetwegen im Badezimmer oder sonst wo, klebt der ganze Boden. Ich weiß nicht, was das ist. Im Haar fühlt sich das überhaupt nicht klebrig an. Aber das erste Mal, wo ich das benutzt habe, habe ich es ganz schön reingesprüht und war total, ach, das wird bestimmt ganz super sein, auch wenn da keine Silikone drin sind. Bis ich dann aus dem Raum gehen wollte und festgestellt habe, dass es Geräusche macht, weil ich mit meinen Puschen an den Boden festgeklebt bin. Ja, nicht so eine tolle Erfahrung und seitdem habe ich das immer über der Badewanne benutzt und dann die Badewanne sauber gemacht. Deswegen, ich weiß nicht, das ist mir viel zu viel Aufwand für etwas, was nicht mal vernünftig funktioniert. Worüber ich sehr traurig bin, wenn ihr da irgendeine Empfehlung habt für ein gutes Leicht-Camp-Spray, was eben keine Silikone oder Filmbildner enthält, dann bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ich brauche unbedingt eins und das war echt nicht meins und das werde ich auf jeden Fall auch nicht nachkaufen. Dann kommen wir jetzt mal zu einer Mascara und zwar ist es eine High-End-Mascara. Das war auch so ein Produkt, wo ich Glück hatte, sie umsonst zu bekommen, denn ich habe ein, ihr kennt das, wenn ihr bei Douglas bestellt online, habt ihr manchmal so Rabattcodes. Ihr müsst unbedingt immer bei FrauShopping.de vorbeischauen, bevor ihr da shoppen geht bei Douglas. Die hat immer irgendwelche Gutscheincodes, wo ihr Produkte umsonst kriegt, Rabattcodes und solche Sachen. Also schaut da echt vorbei. Ich bin übrigens nicht gesponsert von irgendjemandem, aber das ist wirklich eine gute Seite. Und zwar habe ich diese Mascara hier umsonst gekriegt. Natürlich nur so eine kleine Reisegröße, aber es ist von Lancôme, die Hypnose Doll Eyes Mascara. Ich, ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe gedacht, das ist so die erste richtige High-End, High-End Mascara, die ich ausprobiert habe. Also wirklich sauteuer, wie eben Chanel, Lancôme und so weiter. Gerade weil ich über die Hypnose Doll Eyes Mascara ziemlich viel Gutes auch gehört habe, dachte ich mir, oh mein Gott, die ist bestimmt total toll und dann werde ich sie toll mögen und werde sie mir dann ja doch nicht nachkaufen, weil sie viel zu teuer ist. Aber Gott sei Dank, ich mag sie überhaupt nicht. Sie hat ja so eine leicht konische Bürste, also sie wird vorne dünner. Mein Problem bei dieser Mascara ist, sie trennt die Wimpern ganz schön, gibt auch Volumen. Länge, finde ich, gibt sie gar nicht so doll. Aber was ich das Schlimmste finde, sie gibt einfach absolut null Schwung. Ich foltere meine Wimpern mit der Wimpernzange und benutze dann diese Mascara und es ist so, als hätte ich die Wimpernzange überhaupt nicht benutzt, weil sobald ich die benutze, gehen meine Wimpern runter und das war's. Dann, was ich noch am allerschlimmsten finde, sie smudgt bei mir wirklich unglaublich schlimm. Ich habe die heute zum Beispiel am unteren Wimpernkranz benutzt, habe ich die heute benutzt, weil das noch so der einzigste Weg ist, wie ich die überhaupt aufbauen kann. Und da muss ich selbst aufpassen, dass sie nicht smudgt. Also falls ihr da irgendwelche Smudger seht, liegt das an dieser Mascara und deswegen, wenn man bedenkt, wie teuer die ist, finde ich das schon, ja, was soll ich sagen. Ich benutze diese 3 Euro Essence Mascara im Moment, die Waterproof Variante der I Love Extreme und die finde ich so, so klasse. Und wenn ich bedenke, die kostet 3 Euro und die, ich weiß nicht, 30 oder sowas. Also niemals ist sie das Geld wert, niemals. Dann habe ich noch eine Mascara für euch und zwar hatte ich das Glück, die von Rossmann zugeschickt zu bekommen, beziehungsweise ich habe ein paar neue Produkte zugeschickt bekommen von Rossmann zum Testen von dem neuen Sortiment von Rivalde Loup Young. Und diese Mascara war eben auch dabei und zwar ist das eben von Rivalde Loup Young die Hashtag One, würde ich mal sagen. Ich sage es jetzt mal auf Englisch, Hashtag One Volume, beziehungsweise Mega Volume Mascara. Und leider finde ich die wirklich ganz, ganz furchtbar. Ich finde die noch viel schlimmer als die Hypnose Dolls Eyes Mascara von Lancome. Sie hat so ein relativ großes Bürstchen. Mich erinnert das Bürstchen sehr an die pinke Variante der I Love Extreme Mascara. Deswegen, da ich die mag, dachte ich mir, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Aber leider, das Problem, was ich mit dieser Mascara habe, ist, sie ist viel zu feucht. Ich hasse es, wenn Mascaras zu nass sind, weil sie einfach den Schwung dann nicht halten. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich keine einzige Maybelline Mascara mag. Weil jede Maybelline Mascara, die ich je probiert habe, ist super, super nass, macht meine Wimpern null länger, sie verklumpt sie immer und der Schwung ist halt überhaupt nicht da. Und da ich sehr, sehr gerade Wimpern habe, ist der Schwung eigentlich bei mir persönlich, bei einer Mascara, das absolut Wichtigste. Und deswegen mochte ich sie überhaupt nicht, weil sie den Schwung gar nicht hält. Sie hat bei mir keine Länge gemacht. Volumen war halt eher nur so verklumpt durch das Nasse. Und ich habe die paar Mal ausprobiert und war damit echt nicht zufrieden. Wirklich überhaupt nicht. Sehr, sehr schade. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Rossmann mir da ein paar Produkte zugeschickt hat aus dem neuen Revivalde Loop Young Sortiment. Und da sind auch einige dabei, die ich richtig, richtig klasse finde. Aber die Mascara war leider ein absoluter Flup für mich. Und das letzte Produkt, oh mein Gott, dafür kriege ich bestimmt eins auf die Nase, weil das alle hypen und alle total toll finden und ich mag das leider überhaupt nicht. Und zwar ist das von Essence das Keep It Perfect Makeup Fixing Spray. Das wird ja von so vielen gehypt und ich habe wirklich versucht, es zu lieben. Ihr seht ja, ich habe auch schon einiges aufgebraucht, aber ich finde es leider nicht gut. Ich, ich, tut mir leid. Also ich erzähle euch mal, warum ich es nicht gut finde, logischerweise. Und zwar, ich habe das Gefühl, wenn ich mich damit im Gesicht einsprühe, auch wenn ich nur sehr wenig benutze, als wenn ich Haarspray auf mein Gesicht gesprüht habe. Ich merke dieses Spray. Und das finde ich mega, mega unangenehm. Und nicht nur, dass ich es merke, es macht bei mir leider auch nichts. Natürlich nimmt es ein bisschen dieses pudrige Finish weg, aber dafür finde ich viel, viel besser das Spray von Alverde oder noch viel besser das Mac Fix Plus. Also beides mag ich super, super gerne. Von daher, dafür würde ich das auf jeden Fall nicht kaufen, sondern eher, wenn es jetzt das Make-up länger haltbar machen würde, würde ich vielleicht noch drüber hinwegsehen, dass ich dieses komische Gefühl auf der Haut habe. Aber leider macht es das bei mir nicht. Mein Make-up hält genauso lang ohne dieses Fixing Spray wie mit. Ich habe das sogar ausprobiert, dass ich die Hälfte eingesprüht habe und die andere Hälfte nicht. Ich habe das halt hier abgedeckt und es hat auf beiden Seiten absolut gleich lang gehalten. Deswegen, bei mir hat das wirklich keinerlei Unterschied gemacht. Sagt mir mal, ob ihr das mögt, würde mich ja sehr interessieren, weil bisher habe ich nur Positives über dieses Setting Spray gehört. Aber ich finde es wirklich leider überhaupt nicht gut und ich werde das, denke ich, auch einer Freundin verschenken. So, das waren jetzt alle Produkte, die in letzter Zeit für mich leider überhaupt nicht funktioniert haben. Wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn die für euch gut funktionieren, bitte gebt mir vielleicht irgendwelche Tipps, wie ich sie für mich mehr praktikabel machen kann, dass sie für mich wirklich funktionieren, dass ich sie auch brauchen kann, logischerweise. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, irgendwie weitergeholfen, auch wenn ich bestimmt in dem Video ein bisschen komisch bin, weil ich im Moment in so einer Mäh-Laune bin. Aber auch das gehört zum Leben und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis nächstes Mal. Bye! Ich glaube, ich habe die Kamera gerade angesprochen. Sorry, Kamera und sorry euch, falls ihr das irgendwie... Das war jetzt sehr seltsam. Eine sehr gründliche Meinung drüber... Oh Mann, das gibt es doch nicht. Was darf doch niemand sagen. Ich bin zu blöd zum Reden. Und ich dachte mir, gerade weil ich über die Hypno... Gerade weil ich über die... Das ist unglaublich, ich kann den Namen... Gerade weil ich über die Hypnose-Doll-Eyes-Drama... Und diese Mascara war ich ja auch dabei. Und zwar ist das eben von Rivaldi Jublang. Und diese Mascara... Und hier würde ich gut verstehen. Ja? Ich binassociier gesagt.